Das ist eine geile Frage. Also in allererster Linie möchte ich irgendwann mal eine Familie gründen und hoffe, den Mann an meiner Seite kennenzulernen, mit dem ich das machen kann. Dass nicht irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendwas passiert und Spaß haben. Aktuell lebe ich die Zeit meines Lebens. Ich bin unendlich dankbar für das, was ich aktuell erleben darf. Ich weiß endlich, was es bedeutet, gerne zur Arbeit zu gehen. Nach vielen Jahren Ungewissheit und Unreinheit mit mir selbst gehe ich als gestärkte Frau durchs Leben. Ich wünsche mir einfach, dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. Mit allen Macken, mit allen guten Seiten, mit allen lustigen Momenten und aber auch mit den traurigen Momenten, die ich in mir trage. Ich finde, man sollte einfach den Moment genießen, mit Familie, Freunde und das zu schätzen wissen, was man hat. Ja, jetzt war ich mal kurz ernst. Ja, jetzt war ich mal kurz.